mit einer richtig schönen aussicht gucken wir hier auf unsere ja schon erstellte kleine stadt sage ich mal und wir wollen jetzt erstmal gucken was wir überhaupt tatsächlich für blöcke noch da haben weil das so ein bisschen das problem wir haben zwar blöcke irgendwie hier also aber irgendwie fehlt was also wenn wir zu überlegen guck mal wir haben war mit dem holz hier ist die holzkiste wir haben ein bisschen akazie wir ein bisschen wir haben ein bisschen mangrove wir haben ein bisschen dschungel aber dschungel ist halt auch schon wieder nicht doch dschungel ist noch ein bisschen mehr da so ein bisschen dschungel dann hätten wir noch ein bisschen was von der akazie da haben wir sehr viel oak lockt wir haben zum beispiel keins brusel lockt hier da müssen wir mal gucken wir haben wollten auch mal so ein bisschen mehr extravagant sage ich jetzt mal so gehen was extravagant heißt ist zum beispiel ja hier so das nederholz und sowas das hat gut gut weg daran das hat zum beispiel damit gar nicht hier drin ist ja auch so ein bisschen die frage warum nicht wir wollen ja so ein bisschen die materialien ganz kleines bisschen mixen und deshalb müssten wir auch mal gucken was wir an nederholz da haben beziehungsweise einmal dann noch zu dem spruce boot gehen also hier von dem holz haben wir mit 0,55 gut tatsächlich nicht viel das heißt wir gehen mal ein bisschen in neder wir gucken aber jetzt gerade noch vorher einmal nämlich hier hinten hier mal nach weil hier haben wir nämlich noch ein bisschen spruce wo da können wir nämlich auch mal zwei drei stecks mitnehmen dann haben wir schon kein platz mehr wir können aber was haben wir nicht mit den schildern gemacht weg damit spruce werden noch ein bisschen platz mangrove müssten wir noch mal mit was da rein tun war mit den mangroven wird ja nicht so viel platz wahrscheinlich gemacht das dschungelholz weg tun und hier direkt noch mal das bisschen voll machen dann haben wir wenigstens drei stecks da und dort das ganze nehmen wir dann mit ach nö weil doch ich will dann nicht einsammeln nein nein lass mich doch auch vorbei ha geschafft so wir müssten aber gucken dass wir auch mal diese anderen sachen so ein bisschen die türen woanders rein tun da gehst du vielleicht extra mal für türen aber wir gehen jetzt erst mal in den neder und zwar der neder ist genau hier ich wollte schon sagen hier war doch was an neder und zwar bauen wir jetzt mal ein bisschen neder technisch technisch gesehen was aus also ab wir haben keine karotten wird machen wir noch essen in der kiste in der kiste waren wir sind essen 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 tools box wir haben noch 46 gold karotten sollte reichen so wunderbar nehmen wir alles mit und gehen einmal den neder holen holen und zwar bis heute die frage ist wo gehen wir hin wir haben eine schöne karte die lädt jetzt erst mal ein bisschen und eigentlich wir sind und muss immer jetzt da da sind wir könnten wir eigentlich direkt hier nach links wieder fliegen wo wir das letzte mal waren und zwar hier hin fliegen einfach mal so ein paar blöcke weiter weg dass wir nicht direkt am sporen quasi sind also direkt wo wir rausgekommen sind und hier kann man nämlich hin wir könnten jetzt tatsächlich ja um wir haben ja sogar viel holz tatsächlich hier können wir hier hochgehen da ist doch nicht so viel also von dem als müssen wir mal paar stacks mal einsammeln ich sag mal alles was wir jetzt mehr mit dem ist ja auch gut für unser lager oder so ist halt die frage wie wir es am sinnigsten machen dass wir tatsächlich einmal hier nach oben voll werden wir kommen ja nicht so weit hoch um das ganze holz abzubauen wahrscheinlich und da bleiben nämlich nachher nur noch so ein paar fliegende stämme sei mal übrig zack 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 mal gucken wie weit wir hinkommen wunderbar da kommen wir dahin ja kommen wir aber das sogar noch ein bisschen mehr hallo so zack 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 kommen wir gar nicht mehr hin das heißt hier können wir noch mal abbauen oder gehen wir die auch noch mitnehmen gibt es halt leider nicht in groß oder anders also wir müssen die halt leider so farben die bäume das hat so ein bisschen netz es gibt ab und zu mal das wollte ich jetzt so extrem aber gut das ist so erklärt mit ihr super noch ein bisschen holz ja das auch das halt dann ja leider manchmal so ein bisschen komisch dass hier so ein paar darüber ist sogar noch einer direkt daneben gewachsen wunderbar 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 aber gucken wie weit wir hinkommen mit dem baum da müssen wir noch ein bisschen nebenan eigentlich ist gerendet das wollte ich doch gar nicht die möglichkeit haben wir nämlich dann natürlich auch noch so das tripzeug zu machen sieht dann auch schon ein bisschen lustig aus bei den farben hier aber gut das ist schön wunderbar das ist gut hier wunderschön da ist ein portal von uns ja gut das kenne ich doch immer ja ja das kenne ich immer das kann ja nur von uns sein wie dieses portal ist also macht ja keinen sinn irgendwo portal zu haben was irgendwie nicht für uns ist hier sind auch wieder drei hochgewachsen ist auch ganz komisch wird gewachsen wunderbar 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 du 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 mich nicht attackieren gut gibt es eigentlich hier noch irgendwelche größeren bäume so also ich meine klar ist es hier so ja auch gut wenn man sowas hier hat aber wollen auch schon die achsen wenn dann irgendwie ist hier gefühlt werden müssen wir noch mal nach oben hier müssen wir noch mal nach oben da gibt es nicht noch mal zwei stück ich habe doch nicht da rein anlass mich in ruhe das mich in ruhe war mir denn hier noch ein stamm ist ein stamm den nehmen wir auch definitiv mit dann müssen wir erst mal nach oben gehen dafür zack 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 dann sind das halt nur noch schwebende bäume ist also gar nicht da ändern können wir diese abbauen aber gut sogar so abbauen dann müssen wir die mal mitnehmen dann müssen wir sie auch mitnehmen weil von diesem schrubmleitz müssten wir eigentlich auch was mitnehmen womit bauen wir die jetzt eigentlich am besten ab mit der schere oder was ne das ist eigentlich egal doch mit der hau wahrscheinlich ich auch noch irgendwo man könnte halt jetzt theoretisch alles aber man könnte jetzt aber auch sagen man baut sich einfach eine kleine farm aber das ist die frage dann wunderbar oh nein 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 dingster ja das ist gutes zeichen dass wir uns am bogen machen sollten beziehungsweise irgendwas vernünftiges in die richtung und alternativ und zwar das essen rausholen das essen ist nämlich genau dort drin und zwar genau dort mitnehmen und abbauen und da rein und zack und haben wir wieder alles wunderbar hier drin du willst doch nur stress anfangen du kleiner schweinchen wunderschön komm weg du mit dir ich will dich doch nicht haben ich will dich nicht haben so wir haben ja gleich wie viele stacks haben wir ein paar nicht so viele das ist halt ein bisschen langlebig und das muss halt gewartet werden zack wunderbar was haben wir denn hier noch an holz da gehören wir nämlich auch noch nach oben ja perfekt 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 mach mich doch nicht hier so attackieren müssen du was habe ich hier für eine fallrichtung ist das die fallrichtung home ja das ist tatsächlich die fallrichtung home oh upsala die haben wir ein paar buchstärkte vollgestellt aha ärgerlich und so das weitere können wir einfach weiter bauen gibt es auch bei mir das sind große wie kommt man da hoch also ich glaube nicht wie kommt man da auch so dann werden uns jetzt einfach mal gucken ob wir jetzt ein bisschen treppe hin bauen können zack zack da ist schon wieder nix das heißt hier können wir wieder hinspringen da können wir wieder hinspringen da können wir wieder hinspringen und hier und da und da haben wir dann hier eigentlich warte mal oh es geht sogar noch weiter hoch und könnten aber auch einfach jetzt sagen wir gehen erstmal hier runter und können uns hier tatsächlich das hier abbauen sondern wir haben jetzt keinen platz im inventar weil wir sowas zum beispiel im inventar haben oder sowas das brauchen wir alles nicht das brauchen wir alles nicht naja wir wollen dich nicht angucken hier wollen dich nicht angucken danke aber wir wollen zack weg mit dir wir wollen das hier schon alles abbauen und mitnehmen zack 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 hallo so der ist jetzt abgebaut quasi das heißt wir müssten hier irgendwo hingehen und den hier wieder hinsetzen so zack 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 ich müsste aber jetzt theoretisch gesehen auch das ende sei da oben wunderbar so was haben wir denn da ein schweinchen zack zack das schweinchen ist weg das schweinchen ist weg das kommt aber gleich wieder und sag ich auch das kommt gleich wieder das kommt auch gleich wieder sind schon viele von den kleinen kommen nicht abhauen dann läuft er weg du konusvieh so was haben wir denn jetzt da wir können mal ganz kurz ne ender chest nehmen können die mal ganz kurz hinsetzen zack und tun mal einfach hier die stems raus was haben wir da gerade bekommen ach ein verzauerten ja gut mit unbreaking 1 ist jetzt nicht so so das beste an der verzauberung ne aber es ist auch okay so war es jetzt an den schönen großen bäumen hier alles nicht irgendwie gefühlt schon ne also die könnte man auch eigentlich mitnehmen weil die sind auch sehr schade wenn sie weg sind also wenn wir sie nicht mitnehmen sagen wir mal so zack zack äh ne nicht so sondern wir wollen das abbauen wir wollen da das abbauen so jetzt können wir auch hier nach oben wieder hingehen zack was hat sich jetzt da ja gut da wollen wir jetzt nicht hochbauen das ist wieder dann zu viel zeit aber gut ich würde sagen wir fahren einfach in der nächsten folge weiter wenn sie fahrt dann lass mal eine positive bewertung da oder ein abo und bis nächste folge tschau Leute